Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Hi, ich bin Philipp und herzlich willkommen bei einem neuen Update von Modern Value Investing. Ich weiß doch, manche von euch spielen Lotto, andere wiederum suchen nur Qualität zum guten Preis. Und jetzt schauen wir uns die neuen Unternehmen an von Alphabet, AirLiquid, Apple, Verizon, Procter & Gamble, Daimler, Activision Blizzard, AT&T und Xyllim. Fangen wir direkt an mit Google, also sprich Alphabet. Und wie du siehst, aktuell ist der mittlere Kursziel der Analysten über dem aktuellen Kurs. Der Petrovski F-Score 6 von 9 möglichen Punkten, der Lebermann-Score 2 Punkte verkaufen, nach Peter Lynch hast du hier ein Fastgrower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und eine Dividende gibt es noch nicht. Marcel, schön, dass du da bist. Was sagt uns denn heute der Chart? Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem neuen Update und wir beginnen mit dem Chart der Alphabet. Und Alphabet nach wie vor im Rally-Modus. Es geht nach dem Ausbruch bei über 1280 Dollar weiter in Richtung Norden. Aktuell befindet sich der Kurs bei 1515 Dollar und macht nicht unbedingt den Anschein nochmal korrigieren zu wollen. 12,4% seit dem 15.12.2019. Also wieder eine tolle Rendite für das Börsenschwergewicht. Betrachten wir nun R-Liquid. Kommen wir zu R-Liquid. Und aktuell ist der Kurs etwas über dem mittleren Kursziel der Analysten. Der Petrovski F-Score 5 von 9 möglichen Punkten, der Lebermann-Score 3 Punkte halten und Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und auch weiterhin steigende Dividende für die Aktionäre. Schauen wir uns doch mal an, was Marcel zum Chart sagt. Danke dir. Und bei den französischen Gaslieferanten R-Liquid geht es weiter in Richtung Norden. Das ist ein robustes Unternehmen. Die Gratis-Aktie hatte hier einen kleinen Kurssturz, zumindest unbereinigt, hingelegt. Aber das, wie gesagt, kann man auch herausrechnen. Der Kurs am 15.12.2019 auf 123,5 Euro hat jetzt also 10,8% zugelegt. Und erst gestern gab es starke Quartalszahlen. Auch wenn der Umsatz nicht ganz so stark getroffen wurde, gab es doch einen ordentlichen Gewinn. Außerdem wurde die Dividende auf 2,70 Euro erhöht und das ist eine Erhöhung um 12,4%. Der Kurs aktuell auf Allzeithoch bei 136,6 Euro und ich glaube hier wird es weitergehen, denn das robuste Unternehmen hat weiterhin tolle Aussichten. Tolle Aussichten scheint es auch bei Apple zu geben. Kommen wir zu Apple. Und aktuell ist der Kurs etwas unter dem mittelnden Kursziel der Analysten. Der Petrovski-Score 5 von 9 möglichen Punkten, der Lebermann-Score 4 Punkte kaufen. Nach Peter Lynch hast du hier ein Average-Grow. Analysten rechnen mit mehr Umsatz. EWIT soll zulegen. Der Gewinn der Aktie soll weiterhin steigen. Und auch die Dividende soll auch zulegen. Marcel, ab zu dir. Danke Philipp. Und der Chart von Apple kennt lediglich eine Richtung aktuell und zwar die in Richtung 350 Dollar. Die iPhone 11 gehen durch die Decke und die Dienstleistungen sowie die Apple Watch und auch die Airpods. Die Segmente wachsen weiterhin stark. So wie Apple berichtet hatte, der Kurs am 15.12. noch bei 275,2 Dollar. Weitere 17,3 Prozent zugelegt auf aktuell 322 Dollar. Also hier kann es jetzt erstmal in eine Konsolidierung übergehen, wenn auch in eine Seitwärtsphase. Aber man weiß natürlich nie, jede gute oder negative Nachricht kann hier recht schnell zu einer Bewegung führen. Schauen wir mal beim nächsten Update, wie es hier aussieht. Zurück zu dir, Philipp. Kommen wir zu Verizon und aktuell ist der Kurs unterhalb des Mittel- und Kursziels der Analysten. Der Petrovski-Escore kommt auf 6 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score sagt, hey, halte Verizon 3 Punkte. Nach Peter Lynch hast du hier einen Slowgrower. Das heißt, betrachte nochmal die Dividendenrendite. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Ebit, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Schauen wir uns den Chart genauer an. Danke dir und der Chart ist seit mehr als einem Jahr in einer Seitwärtsphase, wenn er auch jetzt langsam das obere Niveau erreicht hat. Wir sahen vor kurzem schon einen Fehlausbruch, denn es ging danach gleich wieder runter unter die 61,5 Dollar. Bei 58 Dollar gab es dann die Unterstützung und der Kurs nimmt wieder Fahrt auf das Mehrjahreshoch auf. Schauen wir mal, wie das im nächsten Update dann aussieht. Mit 0,3 Prozent, also nahezu unverändert seit dem letzten Update. Hier scheint ein Ausbruch weiter auf sich warten zu lassen. Wie sieht das denn bei Procter & Gamble aus? Kommen wir zu Procter & Gamble. Und aktuell ist der Kurs etwas unter dem mittleren Kursziel der Analysten. Der Petrovski-Escore 5 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score sagt, halten 3 Punkte. Nach Peter Lynch hast du hier einen Average Grower. Das heißt, betrachte das KGV. Das kannst du natürlich auch auf der Watchlist machen. Diese findest du kostenlos zum Download. Link dazu gibt es im Artikel. Link dazu in der Infobox. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, eben mehr Gewinn je Aktie und auch steigende Dividende für die Aktionäre. Marcel, schauen wir uns den Chart an. Ja, im Chart von Procter & Gamble hat sich seit dem letzten Update gar nicht mal so viel getan. Aber es wird lediglich spannender. Denn wir sehen eine Zuspitzung. Der aktuelle Aufwärtstrend, der führt immer weiter in Richtung Allzeithoch bei 127,5 Dollar. Von dem der Kurs zuletzt abgeprallt ist. Ein Ausbruch ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Sehr wahrscheinlich sogar ein positiver. Also sprich über diese Chartmarke von 127,5 Dollar. Seit dem März 2018 hat sich die Aktie schon verdoppelt. Und das Ende der Rallye ist nicht in Sicht. Wir werden es weiter beobachten. Und Philipps, sag uns, was hat sich denn bei Daimler getan? Kommen wir zu Daimler. Und aktuell ist der Kurs unter dem mittelnden Kurs C der Analysten der Petrovski F-Score 3 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score sagt 5 Punkte kaufen. Nach Vita Lynch hast du ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen mit mehr Umsatz. Das EBIT soll auch zulegen. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin zulegen. Und auch die Dividende soll jetzt wieder zulegen. Schauen wir uns mal den Chart genauer an. Oje, der Chart von Daimler sieht wirklich nicht gut aus. Bei einer positiven Marktlage schafft es die Aktie minus 15% seit dem letzten Update zu erreichen. Und fällt nahezu auf die Unterstützung von 40,3 Euro, die wir aus dem August 2019 bereits kennen. Von dort aus kann der Kurs wieder Stabilität finden. Oder es geht weiter in Richtung Süden. Und neue weitere Tiefs werden vorerst gebildet. Also, vielleicht sogar einfach auch die Finger davon lassen. Daimler ist nach wie vor ein Zykliger. Und hat natürlich nach wie vor zu kämpfen mit der Elektromobilität. Und zurück zu dir. Jetzt wird es spielerisch. Kommen wir zu Activision Blizzard. Und aktuell ist der Kurs unter dem mittleren Kurs der Analysten der Vertrau. Scherz-Kopf hier von neun möglichen Punkten. Der Lebermann-Score sagt zwei Punkte verkaufen. Nach Vita-Lynch hast du ja einen Average-Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und auch steigende Dividende für die Aktionäre. Gehen wir ab zu Marcel und zum Chart. Danke dir. Und der Chart, der läuft langsam, still und heimlich in Richtung 65 Dollar. Die Bodenbildung ist schon lange wieder vergessen. Denn seit dem September 2019 ging es dann wieder hoch in einen Aufwärtstrend. Immer wieder kleine Seitwärtsphasen sind charakteristisch. Dann kommt der Ausbruch und die nächste Seitwärtsphase steht bevor. Also wir sehen ja nicht so einen glatten Anstieg wie bei Tesla, um das jetzt mal extrem beispielhaft darzustellen. Sondern tatsächlich einen sehr gemächlichen Anstieg. 5,4 Prozent seit dem letzten Update. Und ich gehe davon aus, dass wir hier die 62 Dollar recht schnell wieder überbieten können. Zurück zu dir und zum vorletzten Unternehmen des Tages. Kommen wir zu AT&T. Und aktuell ist der Kurs unter dem mittleren Kursziel der Analysten. Der wird draufs GF-Skopf hier von neun möglichen Punkten. Der Lebermann-Skopf vier Punkte kaufen. Nach Bieter, den Schastrieren-Slowgrower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz. EBIT soll auch zulegen. Gewinn je Aktie zulegen. Und auch die Dividende soll steigen. Ab zu Marcel. Danke dir. Und wir sehen Ähnlichkeiten zum Konkurrenten Verizon. Auch die AT&T-Aktie ist seit mehreren Monaten in einer Seitwärtsphase. Wir sehen es an der roten Linie, dass die Unterstützung bei 36 Dollar stabil hält und immer wieder Käufer in den Markt kommen und den Kurs wieder in Richtung 39 oder eben auch 40 Dollar treiben. Ich gehe also davon aus, dass wir hier bald einen Ausbruch nach oben sehen. Auch AT&T ist ein 5G-Profiteur. Seit dem letzten Update hat sich nichts verändert. Insofern heißt es weiter beobachten und zurück zu dir. Zu guter Letzt kommen wir zu Xylem. Und aktuell ist der Kurs über den mittleren Kursziel der Analysten. Der Vertrauens GF-Score fünf von neun möglichen Punkten. Der Lebermann-Score zwei Punkte verkaufen nach Bieter, Lünsch, hast du ihren Fastgrower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Ebene, mehr Gewinn je Aktie und auch steigende Dividende für die Aktionäre. Marcel, führ uns doch noch ein letztes Mal durch den Chart. Vielen Dank und wir beenden den Tag mit dem Chart von Xylem und das mit positiven Nachrichten. Denn der Seitwärtstrend, der sich über Monate hin zog, wurde jetzt verlassen und zwar durch einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Auch wenn es hier kurz wieder runter ging im Zuge der Gesamtmarktlage, konnte sich der Kurs doch schnell wieder hochkämpfen. Jetzt ist der Weg frei in Richtung 100 Dollar. Schauen wir mal, ob sich das auch bewahrheitet oder ob es hier nochmal Abverkäufe geben wird. 10,6 Prozent seit dem letzten Update, da waren wir noch an der roten Linie. Also hier hat sich einiges getan. Mein Highlight heute, zumindest wenn es darum geht einzusteigen, Activision Blizzard. Da ist sicherlich Potenzial da. Die anderen Werte alle in Richtung Allzeithoch, was das Ganze immer für eine Konsolidierung anfällig macht. Ich freue mich schon aufs nächste Update. Bedanke mich bei dir, Philipp, bei der Community. Ciao. Vielen Dank, Marcel. Schön, dass du da warst. Jetzt hast du, lieber Zuschauer, einen Update. Bekommst du den neuen Unternehmen von Alphabet, Air Liquide, Apple, Verizon, Procter & Gamble, Daimler, Activision Blizzard, AT&T und Xylem. Welches Unternehmen ich im Moment am spannendsten finde und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir juckt es in den Fehlengaren bei Xylem. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, welches dieser neuen Unternehmen hast du im Depot, welches betrachtest du und denk bitte immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer noch irgendwo einen Wohlenmarkt, natürlich werden wir versuchen diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.